Moin zusammen, meine Freunde. Ihr seht es, durch die Live-Ticker läuft gerade diese Nachricht. Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Till Lindemann. Und um Rammstein haben wir in den letzten Tagen und Wochen viel mitbekommen, viel gehört. Ich kann das nicht beurteilen, was da los ist. Ich möchte das auch nicht beurteilen. Ich bin zum Glück nicht in dieser Position, um das zu tun, denn ich war nicht dabei. Ich habe da keine richtige Meinung zu. Ich habe mir beide Seiten angehört und alles. Aber es gibt eine Sache, die ich hier ganz klar verurteilen muss. Die Vorverurteilung des Sängers. Es ist nichts bewiesen, nichts nachgewiesen. Wenn der es gemacht hat, gehört der meiner Meinung nach komplett weggesperrt und noch Schlimmeres. Definitiv, gar keine Frage. Aber bis dahin gilt die sogenannte Unschuldsvermutung. Nur das sehen wir einfach bei der gesamten Pressemitteilung, allem drum und dran. Das gibt es einfach nicht mehr. Das gibt es nicht. Man wird komplett vorverurteilt. Man wird direkt in eine Ecke gestellt und zahlreiche Unternehmen, wie zum Beispiel ein Verlag, bei dem er ein Buch rausgebracht hat, haben sich schon ganz am Anfang direkt distanziert und von ihm losgesagt. Nochmal, ohne dass es nachweislich so war, was auch immer ihm vorgeworfen wurde, dass da was passiert ist. Dass die Staatsanwaltschaft jetzt hier wegen zwei Betroffenen, einmal direkt bei der Staatsanwaltschaft und einmal direkt bei der Polizei zwei unterschiedliche Anzeigen gegeben hat. Das ist, ja, das nehme ich jetzt so zur Kenntnis und jetzt besteht ein Anfangsverdacht. Okay, dann soll die Staatsanwaltschaft jetzt ermitteln. Und nochmal, wenn der Kerl das wirklich getan hat, dann gehört der mit aller Härte des Gesetzes bestraft. Und das ist noch zu wenig, meiner Meinung nach. Das haben wir ja auch bei diesem einen Fußballer gesehen, was dann für eine lächerliche Strafe da rausgekommen ist. Ja, aber bis dahin Unschuldsvermutung. Aber das gibt es nicht mehr. Diese Vorverurteilung in Deutschland ist wirklich krass. Und dazu passend ist doch eigentlich auch diese Nachricht. Prozess gegen GLO-Fahrim. Verfahren hat, Zitat, nicht die höchste Priorität. Habe ich nämlich hier zufällig jetzt gerade auch gesehen, 14.06.13.09, also ganz frisch von heute. Da hat nämlich dieses kleine Magazin Tag24.de eine Anfrage gestellt und die Kammer hat noch keine neuen Termine bestimmt. Und wer das nicht mitgekriegt hat, dieser Prozess sollte eigentlich vor über einem halben Jahr schon stattfinden. Ist nicht so wichtig. Keine höchste Priorität. Ja, genau. Das Ganze, den ich aussuchen, ausdenken, was hier abgeht. Schreibt eure Meinungen rein, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten und ciao.